In Deutschland steigen die Corona-Zahlen wieder leicht an. Aber sie bleiben insgesamt auf eher niedrigem Niveau. Wie es sonst in Europa aussieht, ist allerdings erst die große Frage. Denn das Bild könnte unterschiedlicher kaum sein. Wenn wir mal so auf die Nachbarn schauen, Österreich etwa, da sind die Inzidenzen ebenfalls niedrig. In den Niederlanden dagegen gehen die Infektionszahlen gerade durch die Decke. Über die Lage in Europa und die unterschiedlichen Maßnahmen der jeweiligen Regierungen berichtet Marian Grunden. Mit dem Wohnwagen nach Holland, kurze Fahrt und Urlaub in Oranje. Doch aus Oranje ist mittlerweile Alarmstufe rot geworden. Denn die 7-Tage-Inzidenz liegt bei über 300. Ich mache erst mal Urlaub und dann mal sehen, was wird. Für die Gesundheit ist es besser. Sie bleiben weg. Ich mache mir da keine Sorgen drum. Hier in Holland nicht. Sorgenfrei ging es auch bei einem Musikfestival in Utrecht zu. Dort haben sich 1.000 Besucher mit dem Virus infiziert. Ministerpräsident Mark Rütte entschuldigt sich gar für die Öffnungsschritte. Trotz der neuen Welle, eine Impfpflicht gibt es hier nicht. Auch in Griechenland ist die 7-Tage-Inzidenz nach umfangreichen Öffnungen nach oben geschnellt. Liegt mittlerweile bei 150. Schließungen will man aber im Sinne der enorm wichtigen Tourismusindustrie unbedingt vermeiden. Trotz alledem die Maßnahmen vergleichsweise drastisch. Künftig dürfen nur noch Geimpfte in Innenräume von Gastronomie und Kultur betrieben. Doch das ist längst nicht alles. Ministerpräsident Mitsotakis verkündet, für Pflegekräfte in Altenheimen kommt jetzt eine Impfpflicht. Berge rauf, Inzidenz runter in der Alpenrepublik. Hier sind die Abstandsregeln aufgehoben und auch die Nachtgastronomie läuft wieder. Ab 22. Juli entfällt sogar fast überall die Maskenpflicht. Trotz der Öffnungsschritte, ein starker Anstieg der Neuinfektionen ist nicht zu verzeichnen. Die 7-Tage-Inzidenz etwas über 12. Für die Regierung aktuell also kein Anlass, Impfungen verpflichtend zu machen. Angespannt die Lage im Delta-Hotspot Portugal. Zwar gibt es keine Quarantäne-Pflicht für Reiserückkehrer mehr, doch vor Ort bleibt die Inzidenz mit fast 193 hoch. Auch die Zahlen der Covid-Patienten in den Krankenhäusern ist so stark angestiegen wie seit Februar nicht mehr. Doch auch hier setzt man weiterhin auf die Freiwilligkeit beim Impfen.